Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Obscure. Ja, was wollte ich zuletzt tun? Wir wollten glaube ich ins Verwaltungsgebäude. Ich spiele gerade mal Josh. Josh ist gut geheilt. Ashley ist so im Naja-Bereich. Noch nicht total down, aber auch nicht wirklich gesund. Das ist aber glaube ich keiner mehr. Ja, ich glaube wir müssen erstmal runter gehen, damit wir überhaupt dahin kommen, wo ich hin soll. Also gehen wir mal runter und gucken mal, was uns im Verwaltungsgebäude da erwartet. Und wie lange wir halt wie immer durchhalten werden überhaupt. Lassen wir uns mal blicken bei unseren Freunden, die uns jetzt wieder anmotzen. Oder auch nicht. Was ist... Waren diese Figuren hier schon immer? Waren die hier schon immer so komisch? Okay. Ähm... Ja, dann wohl hier lang laufen wir richtig so. Ja. Da sollen wir jetzt wieder rein. Dann machen wir das mal. Was hört euch das an? Die Treppe ist eingestürzt. Oh oh, sie ist tot. Und er ist auch tot. Hä? Nee, das möchte ich nicht. Oh Gott, die Musik! Aber wie sollen wir das schaffen? Er war bei voller Gesundheit. Wie schafft man das? Wir haben gar keine Muni mehr. Äh... Ich habe keine Ahnung. Wir haben keine Muni mehr. Wie sollen wir das denn schaffen? Bei den Viechern da unten. Das waren viel zu viele. Viel zu viele. Eigentlich ist Ashley sogar genau die Richtige dafür. Ich werde ihr gleich nochmal einen Energy Drink verpassen und das Ganze dann nochmal probieren. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Oder... Oder... Eigentlich müsste man die schießen, aber wir haben halt keine Munition mehr. Wie soll man das denn schaffen? Wie? Wie? Ich habe keine Ahnung. Wie? Ich weiß es nicht. Ähm... Er hier kriegt jetzt erstmal wieder Dingsbums, Schläger. Und dann wechsle ich und sie kriegt jetzt den Energy Drink. So, und ist sie jetzt wieder tipptopp oder... Achso, warte mal. Nee, das... Das mache ich hier falsch. So. Doch, jetzt ist sie eigentlich gesund. So muss es sein. Wenn das wieder nicht klappt, weiß ich auch nicht, wie man da voranfangen soll. Oh, komm, wir gehen raus. Ich glaube, das schafft man so nicht. Wie sollen wir das denn schaffen? Guck mal, die sind voll im Eimer. Von zweimal schlagen. Von den Monstern. Was sagen die anderen dazu? Was sagst du? Wo sind sie hin? Komm schon, lass uns kämpfen. Okay, los geht's. Ich hab dieses Handrad schon mal gesehen. In einem anderen Raum, hier im Gebäude. Ja, wir sollen dieses doofe Rad machen, aber die Treppe ist eingestürzt und was sollen wir jetzt machen? Die sind alle voll im Eimer. Nee. Keine Ahnung. Das ist mir... Das... Ich möchte nicht, dass die so im Eimer sind. Das finde ich irgendwie doof. Und hier kann man viel schneller die Treppe runtergehen. Das hätte mir auch gleich einfallen können. Oh Mann. Und wenn wir da kurz reingehen und ganz schnell wieder raus... Ich weiß nicht, ob ich hier gerade falsch renne. Nein, ich renne nicht falsch. Wir kommen nur von der anderen Seite. Einmal habe ich es richtig gemacht. Wir gehen hier ganz schnell rein und ganz schnell wieder raus. Und sie kriegt trotzdem den Energy Drink. So, rein und raus. Damit die halt sagen, oh nein, die Treppe ist eingestürzt. Die Treppe ist eingestürzt. Genau, die Treppe ist eingestürzt. Oh nein. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Und was mache ich jetzt? Vielleicht kann man da so von der anderen Seite rum? Ja, kann man da rum, um die Ecke. Vielleicht kommen wir da ja dann rein. Und vielleicht kann man von da aus dann auch die Monster erschlagen. Geht das vielleicht? Aber die andere Seite. Diese Seite, die rechte Seite hier. Geht das vielleicht? Oh oh. Monster, 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 Monster. Oh Gott. Oh nein. Nein. Sie ist tot. Nein. Esch. Oh nein. Ich poliere mir die Fresse. Nein. Was denn? Stirb doch auch. Ja, stirb. 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 Oh Mann. Nein. Nein. Oh mein Gott. Aber er hat noch Muni. Er hatte noch Muni. Wenn ich das schnell geschickt genug mache, dann müsste das ja vielleicht noch hinhauen. Aber mehr Muni haben wir nicht. Aber er hat noch welche. Der Seppel. Er hat noch welche. Oh, das meinte ich gar nicht. Mit wem spiele ich? Mit ihr? Energy Drink. Immer noch. Oh je. Geil. So. 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 Und dann, äh, macht, soll er die platt machen und dann schnell wieder raus. Das ist das einzige, was mir einfällt. So. Ne? Ja. Jetzt sind wir zwar an der Seite, wo ich... Nein. Obwohl. Ne. Dann versuche ich es einfach auf dem ersten Weg nochmal. Da, wo wir es ursprünglich eigentlich nochmal probieren wollten. Nämlich hier. Ähm. Und dann soll er einfach mal schießen. So viel wie geht. Was anderes weiß ich auch nicht. Wie kommen wir sonst hier nicht weiter? Das war's. Der ist eingestürzt. Ich wüsste es. Scheiße. Und raus, 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 raus. Das war's. Und? Wie war's? Naja, sie geht ja sogar noch. So, sie hat ein bisschen was abgekriegt, aber es hätte schlimmer sein können. Hm. Okay. Ähm. Ja, haben wir denn irgendeine andere Waffe noch, die geht? Oder geht gar nichts mehr? Alles auf 0. 0, 0, 0. Sie ist auf 0. Und er? 0. Nachladen. Ich sehe hier gerade nichts, weil das so, weil der Bildschirm so blöd ist. Oh, er hat noch Muni. Dann nochmal, bitte. Ich kann nämlich, ich konnte nämlich das gerade nicht sehen. Na komm. Komm her, du Vieh. Komm her, du Vieh. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da. Komm. Komm. Shit. Und raus, 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 raus mit euch. Oh, dass man aber auch immer zu zweit gehen muss. Ich würde Ashley jetzt draußen lassen. Sie kostet mich viel zu viel Energie. Sie kostet mich viel zu viel Energie. Für nix, eigentlich. Eigentlich für nix. So. Du hast aber noch mehr, glaube ich. Oh, das ist auch blöd, dass man hier nichts sieht gerade. 0, 0. Achso, nee. Ach, deswegen. Ich will ja mit ihm spielen. Genau. Sehe ich das von hier besser? Da, diese. Die da. Die kannst du noch nehmen. Oh, wie blöd. Geh doch einfach allein. Lass doch Ashley da. Ach, das ist doch alles Schmo. Ja, dann gib mir den Schläger. So. Und du nimmst die Waffe. Und du... Oh, jetzt muss ich dir einen Erste-Hilfe-Kasten geben. Wie blöd. Ja, schön für dich. Ja, toll. Schön für dich. Und er ist voll angeschlagen. Ich probiere es einfach mal. Sonst muss ich halt neu laden und spiele bis hierhin. Kommt ihr bitte mal. Kommt ihr bitte zu mir. Und nicht ich zu euch. Okay, der ist tot. Der ist hin. Super. Muni? Sehr schön. Die brauchen wir unbedingt. Wenn ich mir das Dach so ansehe, wird das Wasser bald in Strömen eindringen. Ist hier nichts mehr? Ja, 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 ja. Macht hier mal nicht so ein Larry. Eine Anzeige gegen Droh... Ja, das hatten wir alles schon. Das ist alles vom Anfang noch. Schlag du mal bitte rauf. Achso, der ist schon geschlagen. Okay. Oh Mann, wie blöd. Wie blöd. Ich möchte noch mehr Sachen finden. Das ist voll doof. Jetzt sind wir so schön weit gekommen. Ich könnte höchstens noch Josh... Josh einfach den nächsten... Dingsbumskasten geben. Aber was soll ich machen? Was sollen wir machen? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll als nächstes. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich überhaupt hin soll. Was wollt ihr eigentlich alle? Hallo? Kann ich mal hier raus? Danke. Kann ich nicht noch mehr Sachen finden hier? Oh Gott. Ich will nicht. Ich will nicht. Aber wir haben es zumindest geschafft. Auch wenn wir kaum mehr Munition haben. Und die... Das macht... Das finde ich total doof. Ach ja, die hatten doch gesagt, irgendwie ein Rad am... Ja, aber... Zu welchem Gebäude... Äh, zu welchem Raum jetzt? Hm? Äh... Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Pech. Würde ich sagen. Muss ich nochmal herausbekommen. Und werde hier vielleicht auch einfach mal noch speichern. Weil ich gerade froh bin, dass ich das hier überhaupt geschafft habe. Also, bis zum nächsten Part bei Obscure. Bis dann. Ciao. Ne, ist Quatsch. Ein bisschen ein paar Minuten habe ich noch. Ich dachte, ich bin viel schneller durch, als ich dachte. Ähm... Hier sind wir aber schon mal durch. Hier kann ich nicht lange... Irgendwo sein. In der Nähe des Lehrerzimmers. Dort könnte ich so ein Handrad benutzen. Aha, okay. Wenn du das schon so sagst, dann... Äh, äh, äh... Wo war denn das Lehrerzimmer nochmal? Klassen... Parken... Das war doch beim Klassenzimmer sogar, oder nicht? Das war doch gar nicht im Verwaltungsgebäude. Aber warum ist dann hier das Rad eingezeichnet? Ja, aber wo soll ich denn dann hin? Hier ist die Treppe reingebrochen. Hier können wir nicht lang. Das habt ihr selbst gesagt. Wo soll ich denn dann hin? Ja, dann weiß ich auch nicht. Hier können wir auch nicht lang. Bleibt ja... Wo guckst du immer hin? Was ist hier noch? Was ist hier? Was, was, was? Irgendwas ist hier, wo er immer hinguckt. Auf das Monster? Oder... Bla, bla, bla. Ja, dann weiß ich auch nicht, wo er immer hinguckt. Ist mir jetzt auch egal. Ah, das sind die Toiletten. Dann geh mal hier durch. Oh, ich will keine Monster mehr. Oh, ich will keine Monster mehr. Das ist alles total doof. Ich will keine Monster mehr. Aber nur, wenn wir keine Muni haben. Hätten wir mehr Muni, dann... Ja, dann wäre das was anderes. Ich weiß nicht. Wo sollen wir denn lang? Hm. Ja, dann geh ich jetzt in das andere Gebäude. Dann geh ich jetzt hier rein. Übrigens können wir gar nicht speichern, weil... Weil ich mir die Speicherdise aufheben muss. Äh, weil... Wir nur noch eine haben. Nee, ich will nicht. Ich laufe weg. Shannon wüsste jetzt genau, was zu tun ist. Ja, schön für Shannon. Schön für Shannon... Nee, nee, nee. Das sind die Klassenzimmer. Ja, aber... Was soll ich denn machen? Oh, oh. Hier. Lehrerzimmer. Und so. Hier so hin. Sind wir hier vielleicht falsch? Richtig, falsch, richtig? War hier sowas? Ich weiß gar nicht, wo wir... Genau hin sollen. Aber Lehrerzimmer, aber... Was war denn da... Ach, ich dussel. Na klar. Jetzt erinnere ich mich. Jetzt, wo der Part zu Ende ist. Dass ich ja ganz am Anfang immer dieses komische Raddingensbummens an diese Türen immer herangedingst habe. Ja, klar. Ach ja. Wie bin ich da denn aber hingekommen? Ich bin die Treppen hochgelaufen. Aber wie kommen wir denn jetzt da hin? Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt hinkommen. Weil, ich mein... Weil, ich mein... Jetzt ist doch hier alles irgendwie zu, oder wie, oder was? Äh, ja, das war genau das mit dem Kot. Ja, klar. Ich weiß den Raum jetzt. Er schreckt mich nicht so mit den Sounds. Ähm... Ja, ich weiß zwar jetzt wieder, wo dieser Raum war, aber wenn die Treppe eingestürzt ist, weiß ich den Weg trotzdem jetzt nicht. Ach man, ja, klar, das Rad. Und dieses komische Dingsbums ranklemmen. Ich glaub, dann bin ich hier echt im falschen Gebäude. Dann muss ich hier ganz raus. Ist das noch ein Energydrink? Oh, ihr wollt mich doch veräppeln hier mit euren leeren Dosen. Macht mir doch keine Hoffnung. Das ist voll gemein. Und so. Wo guckst du hin? Kann man die Spins noch reinhauen? Kannst du da noch aufkloppen? Nee? Na gut, dann komm. Ach ja, das tut mir leid, dass ich da jetzt erst draufkomme mit dem Rad und so. Aber immerhin bin ich noch draufgekommen. Ja, hm. Dann können wir vielleicht anders hier oben hin. Ins Stockwerk dann. Oder bin ich dann völlig... Nee, das bringt uns nichts. Weil wir wollen ja nicht zur Krankenstation. Es muss schon das richtige Gebäude ja sein. Dieses Gebäude hier. Und dann am besten irgendwie, dass wir da oben hinkommen. Oben rein. Das muss ja zu wuppen sein. Die Treppe eingestürzt ist. Aber es war ja oben. Das weiß ich noch. Von hier aus vielleicht. Oh, ist das zu weit? Ist das zu weit? Das ist eh abgeschlossen. Hier kommen wir gar nicht hin. Weiter geht's nicht. Ja, ich schau noch mal mich ein bisschen um, bis ich das hier richtig gefunden habe. Und dann sehen wir uns diesmal jetzt aber im nächsten Part nochmals. Und ja. Wünscht mir viel Glück weiterhin. Also bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank.